Was geht ab, Leute? Vielleicht fängt die Rage-Stunde an. Äh, der Rage-Day. Es sind leider drei Stunden. Nicht nur eine. Wir haben davor noch schnell ein Glückstausch. Was lustig ist, das sind alles unterschiedliche Gruppen, die sich alle am selben Ort versammelt haben. Das ist nicht eine große Gruppe. Shiny Krisele gegen Shiny Krisele. 16,33 Euro. Grüße genauso an den Kollegen der HIP. Oh. Der ist nicht 100. Aber Potenzial 98. Shiny Lucky wieder mal. Außer es sind 3er-Schritte bei dem, weil er so schlecht ist. Dann ist es ein 96er. Ja, ja. 96er. Aber trotzdem geil. Auf geht's Raiden jetzt. Grüß euch an, Raiden. Schlecht. Nicht schlecht? Der Kollege freut sich auch. 16,24. Ah, ja. Meiner hat drei mehr gehabt. Nicht schlecht. Für uns beide. Also ich fand's mega lustig. Also da hat einer, der hat ganz, ganz wild aufs Handy getippt. Dann bin ich vorbeigegangen und hab gesagt, nee, Bruder, das ist kein PvP. Aber keiner findet den Witz lustig außer mir. Ich erkläre dir. Erklär, ja. Ja, nicht in die Kamera. Okay. Auf jeden Fall erster Interrate. Man muss an sich einen auslassen. Ist halt schwierig, weil Geschenke muss man auch noch öffnen, Levelaufstieg mit allem. Ist immer so eine Sache. Aber Glicksal müsste eh eine Stunde laufen. Also an sich muss ich es ja nicht direkt jetzt machen. Sondern vielleicht ein bisschen später. Wir haben eine Gruppe nur aus fünf. Maximale Effektivität. Nicht wirklich. Das war einfach nur zu voll. Und wir wollten alle zusammen paraden. Ja, und Regen. Regen. Nur zwei Hände. Ich brauch eigentlich noch einen Handführer, Gegenschirm. Und irgendwann später muss der zweite auch noch Parades machen. Und Kamara. Und werfen. Oh Gott. Oh Gott. So. Wenn das schlecht ist, dann... Jetzt, glaube ich, direkt wieder raus. So. Schauen wir doch mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal mit der zweite Hände. Das ist gut. Ninzehn... Irgendwas mit einem Achtzig. Was? 84. Okay. Und... 1914 Aber könnte shiny sein Könnte shiny sein, sagte ich doch Alter Leute, ihr wisst Bescheid Die ersten paar Agen Chaos pur, Stress pur Zum Glück habe ich diesmal alle mitgenommen Ein Ente, da bin ich einfach geflohen Die Freunde sind jetzt auch alle durch EP zeige ich euch später Schauen wir mal Werbungmarkierung 1, 2, 3 Ist der vierte oder fünfte? Ne, das ist der vierte 1930 ist nicht so toll 40.000 EP sind toll Gerade wollte ich sagen 1930 habe ich auch Nicht shiny, nicht so toll Leidend Nächste Rate Nächste Ente 40.000 EP und Gib ihn mir Nicht 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 Nächste Rate Rate Nummer 7 Glaube ich Schauen wir mal Die anderen haben schon Ein paar shiny Wir noch nicht Wir haben ein Ganz okay Der ist der beste bisher Vielleicht 93 Muss auf das Glückseuf Nicht shiny An den gehen wir uns jetzt So, nächste Rate Leute Ihr seht Hier ist richtig Leidend geworden Aber Raidtechnisch geht es trotzdem noch gut ab Wir haben noch nicht mal Die erste Stunde Wir machen mal ein bisschen Ein bisschen langsamer Ich habe den anderen Übrigens mit dem ersten Ball Gefangen Der hat sich nicht gewährt Heute übrigens Alle Ente nicht so wirklich gewährt Die gehen alle ziemlich schnell Locked off lockig rein Und Leider noch nicht Leider noch nicht Nichts allein der Raid Leute Ich will meinen shiny Kriegen sie nicht Letztes Mal hatte ich ihn jetzt schon Das war bei der Arena davor Zwei Zwei davor schon Beim Brunnen hatte ich sie Letztes Mal schon Kriegst du schon? Ja hoffentlich Ich will eigentlich wieder zwei Eins zum Tauschen Auto-Shooting Insta-Live Folgt mir auf Instagram Leute Sie ist noch Ja Hast du einen anderen Mann gefilmt? Dankeschutz 1960 Auch gar nicht so schlecht Aber Ist da shiny Glückzeit Das war das Letzte Nicht vergessen Neues Glückzeit zu zünden Und Und Danke Lieber Hong Hast du shiny Ja Glückwunsch Dankeschön Ich nicht Und wieder der Nächste Schnell geht's Immer viele Leute Trotz Regen Kyoga auch noch Ich glaube Wetterboost sogar Neues Glückzeit gezündet Und Er hat ihn Schöne Aussicht Sehr beliebt unter Touristen Der Stachus-Programm Früher ein Hotspot Mit drei Stops Jetzt ist daraus Ein Arena geworden Und zwei Stops Nicht mehr so profitabel 1950 Und Und Nein Ich krieg ihn heute nicht mehr Neuer Raid Neuer Versuch Alter Botanischer Garten Könnt ihr gerne Um den Kopf Schreiben Ob ihr schon einen habt Wie viele Raids ihr gebraucht habt Das Raid Nummer 10 oder sowas Kann das sein 11 Und Spannung Gut das aber schon mal nicht Nächster Versuch Einen habt ihr gerade nicht gesehen Weil ich von so einem Kerl Gelangweilt wurde So Keine Angst Ich hab nichts verpasst Der war schlecht Und nicht shiny Der ist wieder schlecht Und Shiny Check So enttäuschend Nächster Raid Leute Wir haben eine andere Gruppe jetzt gefunden Überall irgendwelche Gruppen Die Heute Also gestern war Christopher Street Day Hier in München Und viele Leute haben ein paar nicht gemacht Weil Das ist möglicherweise Hier die Route Aber Das war nichts Komplett Hätte man einfach die normale Route machen können Das hat echt Heute null Probleme gemacht Heute war eigentlich Nicht mal was los 19,20 Oh Gott Wir müssen glaube ich aus dem Weg Und Shiny Check Der will nicht kommen Nächster Versuch Leute Kannst du ein Video Umgehen und dann Ja Ist auch noch ein Löwe Und Ente Sieht eigentlich aus wie ein Löwe Stimmt Okay Machen wir gleich Leute Es sei denn Der hier ist Gleich gut Gleich shiny Yes Anlage Ich habe ihn auch endlich Glückwunsch Sogar 1968 Nicht schlecht Der Druck ist weg Wir haben eh nur noch Bisschen mehr als eine Stunde Der Rest kann für EP genutzt werden Okay komm Dann lauf ich schnell rüber Also da Die Straße hat mehrere Löwen Und eigentlich Eigentlich sollte man jeden Löwen In der Straße Rubbeln Hier Jetzt kommt der Hunderter Schauen wir doch mal Es spiegelt Mist Ihr seht nichts Und Kein Shiny Und Kein Hunderter So letzte Stunde Letztes Glückwunsch Wir ziehen nochmal das Tempo an So 20 wird es gehen vielleicht noch Vor allem wenn sie so schlecht sind Weil bisher sind alle drin Nicht alle aber viele drin geblieben Und Kein Shiny Der hat keine Presse mehr Neun Minuten haben wir noch Ich will noch zwei Also nach dem hier Nach dem hier noch zwei reinpressen Sollte machbar sein Ich hoffe es Leider ist eine X-Ray Die Arena blockiert Das heißt wir müssen die Übernix nehmen Das ist halt schon ein kleines Stückchen Ansonsten wäre es halt echt Kein Problem So Was haben wir hier Heute haben wir keinen guten Und bisher nur ein Shiny Also viel viel schlechter Als bei Geico Vielleicht kommt noch ein Shiny Ne Der hier aufgericht Rechts 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 Hört ihr die Glocken Punkt 19 Uhr Fuck Ich bin rausgeflogen Ich bin rausgeflogen Einfach so Jetzt kann man nichts machen Naja Schade Ich hoffe ihr schafft es Aber müsstet ihr schon schaffen Okay Es ist 22 Uhr 22 Ich bin wieder zu Hause Also schon seit längerem Ich werde danach noch essen Mit dem Kollegen Femi Der hat aber eine Menge Shiny am Start Grüße gehen raus Vielen Dank für das Essen Ausbeute Ich habe gemacht 28 Raids 3 habe ich verpasst Also gesamt haben wir eigentlich 31 Raids gemacht War eigentlich ziemlich gut Vor allem dafür Dass wir an einer Stelle Da war ein bisschen Irgendwie geblockt Gestört Das hat uns Zeit gekostet Und ja So die ersten 2 Stunden Haben wir doch relativ früh gemacht Regen Dann haben wir eigentlich Ziemlich gechillt Alles gefangen Auch noch Und erst die letzte Stunde Haben wir so richtig richtig reingehauen Das war echt Zack zack Rein raus Rein raus Rein raus Das war krass Mal schauen welche gute Ich nächsten Monat Beim Second Raid ergehen werde Aber an sich war ich zufrieden Der 100er war nicht am Start Nur ein Shiny Ein Shiny ist besser als kein Shiny Aber ja Für um die 30 Raids Ein Shiny ist schon Echt mager Aber ich bin trotzdem zufrieden 40.000 EP pro Raid Und ja Eine Menge Die ich noch auf Gold brauche Also Ja was will ich mehr Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß Wie es bei euch so lief Könnt ihr gerne unten in den Kommentar schreiben Wie viele Raids habt ihr gemacht Wie viele Shinies habt ihr euch gegönnt Habt ihr euch ein 100er gegönnt Habt ihr euch ein Shiny 100er gegönnt Habt ihr euch ein Shiny 100er Lucky gegönnt Grüße gehen auch raus an den Kollegen Der Hip 96er Lucky Shiny Glycidia Der ist auch nicht schlecht Das war's von mir Leute Ihr wisst Bescheid Wie immer liken Subscriben Kommentieren Checkt die anderen Videos ab Folgt mir auf Instagram Facebook Twitter Checkt den Shop ab Vergesst nicht Pokemon is serious business